Und Herzlich Willkommen zurück bei Etypc. Heute wieder eine wundervolle Minecraft-Turier-Same mit dem Dabi-Wasti. Hi, guten Tag. Alter, sind hier schon viele Bäume gewachsen. Nur bei mir nicht. Ich komm gleich auf den Server, wartet. Hier sind schon richtig viele Bäume gewachsen. Ich hab nicht Bäume gepflanzt. Oh, schacker, Microphone abgekackt. Abgekackt. Und... Ich brauch Pflastersteine. Genau, du darfst gleich, glaub ich, wieder Steine suchen. Du brauchst gleich wieder neue. Oder beziehungsweise mehr. Guck mal. Oh, doch noch nicht. Ich brauch doch noch nicht. Ja, doch kannst... Also du kannst gleich am besten schon mal ein bisschen suchen. Das wäre echt nice. Okay. Hier. Du musst schon drauf nehmen. Oder was muss man es gar nicht zu tun. Genau, ich war von der Tod, den ihr da habt, der war in der Folge. Jetzt muss es besser. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal mehr, was ich jetzt noch aufgenommen hab. Alles. Hey, oh, man. Ist das noch lange? Ich weiß, wenn... Weil mir ist gerade das Internet schlecht. Ach so. Bei mir geht nicht. Ja, aber nicht. Du hast die IP aber noch, oder? Ja, geht auch nicht. Na, was? Ich schick sie den dann gleich nochmal. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Versuch's nochmal so ein bisschen. Ja, warte, da mach ich mal eben hier Pause und komm da. So, da bin ich wieder. Hey, was ist das Auto? Kommst du jetzt wenigstens drauf? Ja, oder ich probier's mal. Ich hab dir grad extra schon die Zahlen in der IP gesendet. Aber weißt du, ich kann dir so jetzt in einer Folge zeigen, weil... Die Folge, die jetzt... Morgen kommt, war das glaub ich? Ne, übermorgen kommt. Die München hochladen. Äh, da kam schon wieder ein auf dem Server. Und ich weiß nicht, woher. Ich hab die Server IP noch nie gezeigt. Bis wegen, wenn ich das so mache nicht wer... Also hab schon eher so gemacht. Hab da einfach mal eine Whitelast rein, mach den uns beiden. Whitelast. Also du musst sagen, was da gleich für ne Fehlermeldung immer kommt. Und irgendwas mit... Du are not Whitelast, dann muss ich nochmal die Whitelast reloaden. Ist das Pause gedrückt, oder? Jetzt nicht mehr, ich hab aber grad eh nur zum Kopieren Pause gedrückt. Da wurde dann fertig jetzt alles vorgesagt, also... Nicht alles vorgesagt. Nö, die IP. Kannst du ruhig sagen, das ist ja diese... so 37er IP, die die gesendet hat, oder? Ein... 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 Boah, hat das so gut gerollt. Meine fucking Kopfhörer war mir grad einer rausfallen, weil ich... zwei andere Aufsätze reinmögen, wie gesagt. Wenn wir die ganz kleinen will ich jetzt nicht drauf machen. Wir machen nicht mal eben hier eine Pause. Weiter. So, kommst jetzt drauf? Ich bin grad dabei. Sonst musst du gleich mal Mannschaft neu starten. Verbinde zu Server auf. Du darfst machen, erst weitermachen, wenn ich auf dem Server bin. Äh, ich bin jetzt schon am Bauen. Mein wegen... Jetzt bleibt... Ich find das liegt mit dem Boden gar nicht mal so schlecht, dass es sich offen ist. Ab du elektrigen... Oh, das dauert zu lange. Was ich mal echt mache, dann kann ich mal drauf aus dem Server. Oder kommst auf dem Dommas, aber versuch mal auf dem Dommas-Server zu kommen. Aber wenn du da drauf kommst, kannst du ja nochmal versuchen, hier auf dem Server zu kommen. Dann hab ich einmal auch ausgedrückt. Okay, das liegt auch. So. Ach, und ich hab den Kommentaren gelesen. Ich soll in Höhlen mehr Fackeln setzen. Es tut mir leid, wenn ihr nicht sehen konntet. So werde ich ab jetzt auch machen. Deswegen, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreib die einfach. Du hast mehr Kommentare, als ich lesen kann. Ich kann nicht alle lesen, die du kriegst. Ja, ich krieg ja direkt immer E-Mails. Ich kann auch noch mal auf dem Rollstuhl. Schreib mich alles ein Lied, oder was? Ich krieg immer ein neues Kommentar unter einem meiner Videos. Ich krieg immer wieder eine E-Mail. Und wie man vielleicht weiß, ich les meine E-Mails immer direkt. Das war irgendwo ja klar. Um die Steinung gleich wieder. Damit der Jurgen dort so lang soll. Von einem schlechten Rechners. die Kammer fast wieder verletzten er wurde ja so eine Folge wie äh die letzte da war auch ja wieder in einem Praktikgewicht so ich hab in der letzten Folge schon gesagt warum im Moment kann mein Club Fingerflayer mal kommt wird natürlich auch wieder kommen aber ich hab halt im Moment ein bisschen Stress ich muss noch einiges machen und da fand ich wenn ich jetzt ein neues Projekt starte sollte man erst mal das dann spielen als Singleplayer da hab ich letztens eh nie auf Spielen gemacht welche Falle ist denn das jetzt die Dumas? die hier ist jetzt die neunte und die 6 ist draußen genau 7 sind nämlich hochgeladen neun 6 6 und 5 freigegeben schon aber insgesamt tropieren sind sieben ich weiß das weil die noch oft privat stehen deswegen kannst du die auch noch nicht sehen ach genau und ich würde sagen ähm wenn man das vielleicht so macht dass ich hier das in Kreativ dann mit dem Steinboden an ihm mach und dann nimm mal eben Slash-Flyge und ja dann könnte ich hier nämlich den Boden mal eben und unten drunter so einfach noch nicht machen hier steht kein Internet-Zugröse der Hand der Hand der Hand der Schaust-Flyge sonst können wir nicht reden der Netzwerk 2 dann geht das so mal gucken zwei müssen ne eine Reihe musst du dich noch dran oh ich mach das jetzt mal eben schnell im Game-Mod ich hab so gesagt nicht schicken aber so ein Boden ist grad so schissärgerlich jetzt muss ich eben den Steinboden setzen aber da musst du das Zeug dann wegwerfen das meint man was ich vorhatte ich ziehe jetzt mal nicht die Steine aber ich wirklich einfach ähm alle Steine die ich hab wegschmeißen alle ich hab noch 104 Stück in 104 Stück dann und den Rest kannst du dann er hat das Wort er hat 1 ich finde das auch schon jetzt geil wie der Boden wie der Boden aussieht und das könnte mir glaube ich hab's hin nicht ein einziges Mal grundlos in mir wie mir Sachen entschließt das ist jetzt schon ein Vorteil weil ich glaube es gab bisher noch nie eine Staffel wo ich nicht geschickt habe und schon mir den Kopf voraussend das eine Folge da haben die übelst gescheitert das war nicht gerade so geil ich hab's gut das kann ich nicht mehr das war das war das war übelst gescheit zum Beispiel ich hab's oder hier wer ist noch mal 3D das kann sein doch gescheitert aber man hat ihn noch verstanden ich hab's ja ich hab dich jetzt auch laut gestimmt Prozent Prozent aber ich verstehe auch zuschauen ich verstehe ich die sich die sich nicht ich 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 bin ich ich ist ich ich hab ich ich probiere es jetzt so man kann sich das halt sehr lang sein ja, wobei man sehr läuft wenn mein laptop besser gesehen also ich muss dir eben ein bisschen nase stellen wenn du sie platzen mir gleich wegst du noch mal die Ohren pfff mehr spielen gut wie lange machst du schon grad die Aufnahme? gleich für den Nachgucken was? was ist das? deinen kann ich grad nicht weil du grad nicht drin bist oder? doch doch bin ich drin wirklich aber nicht ich kann mal beitreten probier's mal ne 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 Hallo, das ist unsere Aufnahme. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Mir ist langweilig. Wir sind auch gerade in Aufnahme. Wir wollten einfach nur mehr trollerlolll machen. Die Aufnahme ist schon, das wisst ihr. Die Aufnahme ist schon, das wisst ihr. You're saying your channel timed out. Das ist ne geile Aufnahme, die er hat, ne? Uiuiuiui. Ja, er ist rausgefuhren. Ich bin auch in der Aufnahme. Das interessiert mich nicht, Ben. Ja, darfst du cutten, ne? Nö. Aber, weißt du, du musst meine Stimme rausschneiden. Nein, also klicks. Oder verfremden. Rausschneider verfremden. Nö. Ich hab echt viel, was ich aufnehmen. Hey, du weißt, ich kann nicht echt anzeigen dafür, ne? Achtung, ich hab das schon getan. Hat er wirklich schon mal getan. Jo, das nicht. Hier, das nicht, ne? Man kann eine IP-Adresse verfolgen, und alles, und klicks. Oh, fuck, ne? Oh, warte, warte, warte. Ja, mach das immer eben, ich find's erfreulich. Weil ich weiß, ich werd meinen Skin mal wieder verändern. Weil sonst wird der kleine Junge wieder rum. Danke schön für deine Ecke. Ich hab den Kanal gespitcht und die Leise gestellt. Warte, sie nochmal join. Aha, ihr habt muted. Ich mach mal einen kurzen Cut. So. So. Wollen wir Talk 1? Nö, warum? Die sind bei mir gemütet, die kann man jetzt nicht mehr hören, meine ich nicht. Da können die mich zwar hören, aber ich mir einfach lieber. Mach ich mal. Ja. So. Aber jetzt komm mal drauf. Drauf? Ja. Äh. Ist jetzt auch egal. Ja. Ich hab denPop. Genau, ich bräuchte Stein. Und ich nehm wieder auf. Und ich nehm wieder auf. Etwas, äh, die meinte Ergart von Südlern, wenn die nicht, der stimmt nicht, äh, wie ich versuchzei, äh, verfremde oder die russchneiden, würde mich anzuprobieren. ich hab den ganz deutlich dass sich aufnehmen und wenn ich nicht in Wollas und sollen sie mit Stolzern ich bin egal k und 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 was ich noch mal schütteln weil ich das Haus Stolzern und so das war genau der Katz auf dem Markt ist ein Haus ich glaube das ist nichts er steht noch das ist wenn ich nicht mehr so war geht es nicht mehr ich möchte und das ist ein Bremsen aber ich war der Karte ich schaue Zeit und Versteigen und ach genau was wir haben ja ein und Diamanten können uns ein Verzögerungszusparen 3 aber auch ein Buch das kann ich auch ganz leicht bauen und dann auch schon das ist so gut wo ich noch anpflanzen durchschnittlich mit Farben bauen weil das euch nicht in der nächsten Folge machen und st was sie denn mit ihr ich habe auch meine st es ist die Hälfte ausgültig zu holen und er hat auch da und Kostenskönig Hälber die Spielverhalten es kohlen Prozent ob da während der Internet und er hat eine Röschung um uns starten was ich mache es auch ganz spannend müssen zu kommen Euro bestätigst du das nur hat es mal erfahren es gab sechs stück so gestern hat sich nicht mehr ein kundelgebetreibern zu sein du hast es geholt echt ja jetzt steht da vorne so dass da einer vorne ist was siehst du was steht da ja nochmal was steht denn da warte da steht java.net . connect ja den Staatsmann PC ok dann like ja so dann brauchst du nicht überleicht grad wo brauchst du den Zucker vor allem am besten mach jetzt erstmal umdrehen bis gleich so wollen wir mal am besten hier Zucker machen und ja bis gleich ja 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 die Sanktus das Schöpfen doch die Kultus bei Kultus und Verschmutz zu achten dann ist er nicht mehr in die Schmacken bis zum nächsten Mal und schau